willkommen zurück wir arbeiten weiter noch hier dran und wir haben gerade gemerkt dass wir scheiße gemacht haben vermutlich ich probiere das jetzt vorsichtshalber noch mal aus nee ist ja gar keine scheiße hier dürften wir theoretisch erst so anfangen gut ein bisschen mehr sieht man aber ich glaube ich bleib doch bei dieser variante so geht's auch so klack genau so musste das nämlich auch hin dann könnte man ja theoretisch zack zack hier dicht machen irgendwie genau mal 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 ich glaube ja dann kann man nämlich bequem rüber latschen und hat trotzdem noch eine geile aussicht cool jetzt müssen wir das bloß noch von unten ein bisschen schick machen das war eine aktion alter weiter ja ja sterb zu nerf feld und bogen für den bogen nicht ich meine knochen und pfeil im bogen eigentlich müsste hier jeweils auch noch hießen so da haben wir auf fensterhöhe angefangen ich glaube das ist auch eine ganz gute idee ok so neue steine brauchen wir nicht mehr unbedingt ich will mich jetzt bloß nochmal schnell absichern ob das ungefähr jetzt passt ach so genau einmal treppe super müsste stimmen bloß es ist doch ein bisschen anders geworden als hier jetzt finde ich das jetzt überhaupt hübsch das ist ein klotz jetzt oben drauf vielleicht sollten wir erstmal da jetzt noch die zäune durchziehen um dann eine entscheidung treffen zu können hier ist nicht mehr dann und und Ich bin wohl. So, das reicht erstmal wieder an Setzlingen. Ich bin wohl. So, 54 sind zwar viel zu viele. Aber wir haben ja noch ein Tor, was wir bauen müssen. So, das gleiche nochmal hier. Ich bin mir gerade echt nicht schlüssig. Das sieht hier eher wie so ein Rundbogen aus. Ja, das ist auch nicht gerade das Gelbe vom Ei. Und im Prinzip ist es ja der gleiche Bau. Bloß, dass wir dahinter noch die Steine haben, die wir sehen. Und hier noch diese Abrundung haben. Was wäre denn? Denn wir jetzt einfach mal aus Spaß. Das geht momentan nicht. Wir haben nicht genug Steine. Wir brauchen mehr Steine. Okay. Und während wir dahin laufen. So, dann gibt es wieder in Folgenpoeschen. Spitze. Ich bedanke mich. Bis dann.